Du bist noch so klein und noch keine richtige Hexe. Ich werde auf jeden Fall eine Hexe, dann fliege ich mit dem Besen rum. Wenn eine Hexe 13 Jahre alt wird, muss sie sich in einer Vollmondnacht auf den Weg machen. Weißt du schon, wovon du leben willst? Ich möchte einen Lieferservice anbieten. Eine gute Idee. Ein Lieferservice, mit Hexenkraft ans Ziel gebracht. Eine Hexe? Bitte sehr. Hau bloß ab! Lass dich nie wieder hier blicken! Was soll denn das? Ach, Kiki. Und auch wenn es manchmal schwierig wird, vergiss nicht dein hübsches Lächeln. Es ist dein Herz, was zählt. Schmerzen du gut ein? Schluss Teufel. Schmerzen du gut ein? In a flawless life